Heute wird gefilmt. Wir testen das noch mal einen Stock tiefer. Der Louis wird Klavier spielen. Schauen wir, ob Video und Audio gut funktioniert. Wobei Audio, das hat er ja schon aufgenommen. Wir machen quasi nur Video. Weißt der Bube, wo bist du? Okay, der braucht noch ein bisschen. Ich schaffe schon mal die Sachen runter und heute um 14 Uhr sind wir dann im Büro mit dem Alex. Da macht er seine Führung, die es jetzt auch virtuell quasi geben wird. Bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ja, das sieht wirklich gut aus. Die Bursche baut schon auf. Hinten wird gesaugt. Wir schauen uns das mal an. Kopa saugt den Füllgefall. Müsste passen, oder? Ja, ich denke auch, dass das passen müsste. Sehr, sehr cool. Da bin ich mal gespannt. Also diesmal haben wir unsere Softboxen gar nicht gebraucht, weil wir hier ein Spotlight haben. Die letzten Säuberungsarbeiten. Und dann kann es losgehen. Mit dem Ergebnis können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein. Wir bauen jetzt die Technik wieder ab, laden alles gleich ins Auto und dann geht es auf ins Büro. Da hinten fährt der Alex. Man sieht ihn gleich noch. Da hinten fährt er hier auf seinem Fahrrad. Alle Fahrradfahrer. Der hilft uns heute nämlich beim Dreh. Der wird quasi natürlich mit entsprechend Sicherheitsabstand hinter der Kamera stehen mit. Und unser Alex Diehl wird seinen Vortrag ihm halten. Also quasi den Vortrag nicht ins leere Halt buchst. Da tun sie gleich. Cool. Grüß Gott zusammen. Ich hoffe, es hat niemand was dagegen, wenn gefilmt wird. Jetzt hätten wir den Dan noch gebraucht. Wir haben tatsächlich gerade was gefunden, was wir alle noch nicht kennen. Was ist das, Alex? Also ich vermute, es ist ein Ring, wo man einen Teil der Asche reintun kann. Aber ich weiß nicht. Ich werde es einfach so erzählen. Ja, das macht er. Das ist gut. Ja. Das ist gut. Okay. Hier sind wir bei uns in der Kindersargausstellung. Da haben wir extra einen Raum komplett eingerichtet. Beziehungsweise muss man schon sagen, einrichten lassen. In Zusammenarbeit mit betroffenen Eltern, die gesagt haben, mach das bitte so und so. Weil es dann einfach etwas angenehmer und besser dargestellt ist. Ich zeig das einfach mal ganz kurz. Ja, hier gibt es kleine Särkchen aus Bast, aus Korb, Urnen aus Papyrus oder hier schöne Gedenkboxen. Einfach ein ganz trauriges Thema. Vielleicht etwas erträglicher dargestellt. Jetzt war der Besprechung 2. Da warten die anderen schon. Kaffeepause oder was? Deswegen würde ich mich auch gerne in so einer Situation emotional einzusetzen. Viereinhalb Stunden gebraucht. Jetzt sind wir endlich fertig. Ich glaube, das Ergebnis wird sich sehen lassen können. Der Luis hat Haufen Arbeit zum Schneiden. Sehr cool. Alex ist schon gegangen. Zusammengeraum kann man auch. Morgen wird hier wieder eine Trauerfeier stattfinden. Natürlich nur im kleinen Rahmen. Das sieht man eigentlich jetzt ganz schön. Normalerweise ist hier voll aufgestuhlt, aber aufgrund von Corona haben wir jetzt hier tatsächlich anderthalb Meter Abstand immer, beziehungsweise zwei Meter Abstand zwischen den Stühlen. Und ich glaube, es können auch nur acht oder zehn Leute hier bei Trauerfeiern teilnehmen. Mehr sind momentan gar nicht erlaubt. Deswegen kann trotzdem bei uns Abschied und kleine Feier oder Feier im kleinen Rahmen stattfinden. Das finde ich gut und auch sehr, sehr wichtig, weil das war für die Angehörigen schon verdammt hart, dass da gar nichts stattfinden konnte. Das ist wirklich bitter. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Beitrag. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank.